Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Mein Name ist Susch Vincenz und heute geht es mal wieder um den Prime Day. Am 12. und 13. Oktober 2020 um Mitternacht, also direkt später um 0 Uhr, startet bei Amazon wieder der Prime Day. Und hier gibt es wieder jede Menge Schnäppchen, die ihr einsacken könnt, ja, im Bereich Elektronik und für 10 Euro bei kleinen Unternehmen einkaufen und 10 Euro am Prime Day sparen, einen Echo Dot für 1949 anstatt 58. Ja, also hier spart ihr jede Menge Geld, wenn ihr schon immer einen Echo Dot haben wolltet. Ansonsten ein Kindle Paperwhite für nur 68, 22 anstatt 116, 96. Es gibt 50 Euro Startgutschrift bis 14.10. auf die Prime Visa-Karte. Es gibt 20% auf Elektronikprodukte zu Hause, 20% auf Konsumgüter von Amazon-Marken und bis zu 40% Rabatt auf Mode von Amazon-Marken. Ansonsten auf Audible-Rabatt, auf Filme-Rabatt, auf Channels-Rabatt und so weiter. Also, klickt einfach mal rein, zum Beispiel auf Elektronik, dann habt ihr die verschiedenen Rubriken, da könnt ihr euch was raussuchen. Ihr könnt die Produkte jetzt schon in euren Einkaufswagen reinpacken, wenn ihr Prime-Kunde seid, seht ihr auch schon die neuen Preise. Und dann könnt ihr nach 0 Uhr, könnt ihr dann die aktuellen Preise, für diese könnt ihr dann bestellen. Also, dann solltet ihr dies recht schnell machen, dass die Produkte auch nicht dann ausverkauft sind, wenn es soweit ist und ihr die haben möchtet. Verpasst den Prime Day nicht. Also, wie gesagt, am 12. und 13. Oktober 2020. Ja, wenn ihr besonders tolle Produkte gefunden habt, schreibt diese mir unten in den Kommentaren. Verwendet die Bewertungsfunktion mit einem Like oder Dislike und abonniert meinen kostenlosen Kanal, um keines meiner neuen Videos mehr zu verpassen. Abonniert auch meinen Instagram-Account, um die neuesten Informationen immer rechtzeitig zu erhalten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vincenz. Und nun, legt euch nicht wieder hin, sondern geht auf Amazon, schaut, was es beim Prime Day gibt und staubt eure Schnäppchen ab. Ciao und bis bald. Ciao und bis bald. Ciao und bis bald. Ciao und bis bald.